Ja, jetzt die Frage, äh, der Droggelord ist ja noch wach? So dringend, dass es nicht bis morgen warten kann. Die Kobolder haben, ich frage... Aber, ach, du hast mit dem Koboldkönig gesprochen und jetzt bist du wütend, weil es keine Schlacht geben wird. Treust du dich denn gar nicht, dass ich eine friedliche Alternative zum Kampf... Tja, aber was willst du dagegen? Deine Freunde habe ich längst um den Finger. Und solange jemand die Beherrschung verliert, wird das auch so bleiben. Sieh es ein, ich habe hier alles unter Kontrolle. Und du weißt doch, es gehört sich nicht, die Kontrolle zu verlieren. Also sei eine brave Barbarenkrieg. Oh, ich will nicht raus. Im Charakter. Auch nicht, das Feuer soll... ... ... ... Ich frag Du möchtest hier keine Sack? Ich bleibe Äh Sei bitte Spannes Feuer sein Wieso krieg ich das denn vorhin gelegt? Sieh es Gib dir Kula das Geliebe Mach mal einen Wurf auf Muss ich? War ja klar Nippo ist wohl der hässlichste Nackt Der Kula war am Feuer Sieht sie dieses Amulett das meine geheime Herkunft verrät? Ich weiß Trägst du es unter der Robe? Schon aber Dann nicht Schade Drogelot sah recht Ein Mitrilharnisch Wirklich? Na gut In seinem Mitrilharnisch Schade Man kann ja höchstens was versuchen Kannst doch noch morgen hier aufräumen Leg dich rot für heute Schade Leg dich dich pass Muss hier keines ich bleibe Du siehst Mach mal einen Wurf ab Du entdeckst Du entdeckst Du entdeckst Du entdeckst Du entdeckst Das Lagerfeu Du entdeckst Das Lagerfeu Wo ist denn gerade? Ich hatte extra Ich muss sie im Feuer gelassen haben Stellt euch das Prasseln einfach hoch Du versuch Du versuch Mach mal Sei bitte Spar das Feuer Ja Würfel mal auf Angriff Mit Bonus Plus Fünf Falls ich schnippe und nicht bete Was? Treffer Und jetzt den Schaden Oha Rüstungsklasse Trefferzonen Ja Peter Peter Stell dir vor Du wirst von ewigen Höllenqualen gepeilt Mit sowas Das krieg ich hin Das krieg ich hin Ich wache auf und springe mit einem Satz auf den nächsten Baum Nein Petrola du schläfst tief und fest Aber ich mumme Zaubersprüche dabei vor mich hin Meinetwegen Inhex 3 Mal Schwarze Kater Atom Der Der Finger thinkers are noch das Feuer Gib dir Zul das Gehen Ich weiß nicht was ich machen soll, weil normalerweise würde ich jetzt sagen Sei bitte sparsam damit, das Feuer Oh, will ne Brache, wer im Kart noch das Feuer soll Das Lagerfroh ist auf die Welt Die vermummte Geschwome auswächt Du kannst doch noch milzig für heute Sei das Feuer Ich weiß nicht was ich machen soll Weil Du versuchst also, das Ventil mit dem Spiel Mach mal einen Wur Du kannst doch milzig für heute Sieh es Äh, du trau ein, wie viel trau ein Milzig für heute Ah, ich glaub ich hab's Ich glaub ich hab's Aber da ist mal drauf zu kommen Du versuchst einfach mal Nein Wir haben die Scheite lagenden Freunde Aber okay, was tust du denn da? Dieser Lärm ist der Gruppenhandel nicht zu entträglich Ohne dich drängend zu räumen Vielleicht ist jetzt doch eine geeignete Zeitpuff Für eine kontrollierende, bedachte Handlung Wenn du mit der gebotenen Ruhe vorgehst Geliebt es dir sicher, den Druck vom Pessel zu nehmen Bevor ein Unglück passiert Ich muss dich eindringlich bitten Diesen Ton abzustellen Siehst du nicht, dass du die ganze Idylle zu zerstören drohst Das ist doch zu den Waffen Man hat uns den Krieg erklärt Blast das Horn Dieser Ton Muss Ruhe Bewahren Es reicht Ich halte das nicht mehr aus Bei diesem Lärm kann man einfach nicht anders Halt die Beherrschung zu verlieren Zu den Waffen Endlich begann der lustige Teil des Rollenspiels Vollkommen entfesselt Stürmte die Gruppe auf das Schlachtfeld Allen voran Nillegrim Die Wut entbrannt Ihr Berserker-Schwert kreisen ließ Und während in der Anstalt die Würfel rollten Rollten in Hut Mutigur Koboldköpfe Manchmal war es offenbar doch Angebracht, seiner Wut freien Lauf zu lassen Die Schlacht war kurz Die Kobolde hatten dem unbändigen Zorn der Gruppe nichts entgegenzusetzen Die Pläne des Koboldkönigs waren vereitelt Lillegrim fand den besiegten Monarchen unter einem Stützpfeiler des Schauders Lillie Arme Törichte Lillie Das war ein schrecklicher Fehler Lillegrim wunderte sich noch Als sie über sich ein bedrohliches Knacken hörte Als die rosa-roten Fluten veräppt waren, bot sich unseren Helden ein einmaliger Anblick Das Tal der unbequemen Erinnerung Na, guck sich das einer an Ich muss sagen, ich bin schwer überwältigt Wir sollten nicht hier sein Du bist und bleibst ein Scherzkeksschnippel Nein, ich meine das ernst Das Tal ist verflucht Ich habe gehört, dass... Moment mal Lillie? Was ist denn los mit ihr? Kriegen wir jetzt Erfahrungspunkte? Lillie hatte die Wahrheit gesehen Sicher könnt ihr euch vorstellen, wie es ihr jetzt ging Könnt ihr nicht? Tja, wer weiß schon, was so im Kopf eines kleinen Mädchens vor sich geht Geht es dir gut, kleines Mädchen? Kleines Mädchen? Hallo? Ähm... Alles klar bei dir? Ich habe mir Sorgen gemacht, weißt du? Nö, spinnig? Oder ist es hier gerade kälter geworden? Okay Das heißt, wir können jetzt auch wütend werden Hm, die Tür war... Das haben wir aber immer noch Ich glaube, wir gehen mal zurück zur Gruppe Vielleicht können die uns da weiterhelfen Ich weiß es ja noch nicht Du bist wahrhaft ganz rot Motegor steht in Das hat Spaß, du musst unverdichtbar wieder... Wackel weg Du? Es ist so, ich soll Erfahrungspunkte, Ausdruckstanz, musizieren Eigentlich will ich... Gibt es kein Talent wie sich mit seinem Sch... Oder Punkte vergeben, ohne dabei in eine Existenzkrise zu geraten Peters Zaudern machte Lilly wütend Konnte dieser notorische Nörgler nicht einmal die einfachsten Entsch... Am liebsten hätte Lilly doch... Etwas hielt sie zurück Nein, wenn es nicht... Hm Ich habe aber immer noch das Geisterkostüm Ich strecke Hm Hm Okay Nee, da ist da noch nichts Du bist hier Du hast? Ja, du hast die Vidi, 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 vidi Vidi, vidi, vidi Die Tür Jetzt will ich einmal kurz was gucken Es war Lili Es war Lili Was? Jetzt habe ich den Fall ist klar Es war Lili Wie einfach nicht geschickt genug Ist noch nicht möglich Tschüss Aber was du so also bist Lili beschloss das Schloss Und wieder es war Lili War ein Die Tür Die Tür Jetzt ist da die Frage Lili Lili Und es war Lili War Ich soll erfaust Gibt es Hinses am Loch Edd Hinses am Loch Und es war Lili Hinses am Loch Und es war Lili Du Ich erhöhe einfach Schloss Da Behalte du Ich will nicht Das hat Spaß Du musst Warum Du bist Behagant Probiere sie Mehr Erfahrungs Frag doch Peter Der hat noch welche Lili Lili Wünschte sich Sie wäre So Jetzt haben wir den Charakterbogen Jetzt versuchen wir nochmal in die andere Welt zu gehen Ob wir da mehr Geschicklichkeit haben Und das Schloss aufkriegen Das ist Klingt ordentlich Es klang zwar Aber eigentlich hatte sie ja jetzt das Talentschloss Geschafft Das Gitter war offen Sie fragte sich ob Okay Die Tür ist offen Tatsächlich Während ihrer Trance hatte sie auch das reale Gitter geöffnet Der Weg in den Turm der Irrenanstalt war frei Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden Ohne groß darüber nachzudenken Wenn sie schon Dr. Marcells Reich betreten musste Wollte sie wenig Wie sonst So Wir haben es endlich geschafft Wir finden uns vor Edners Zelle Die Tür war Lili war das Musste die Zelle sein Okay Dann schauen wir einfach mal Lili konnte den Mond stundenlang anstarren Aber sie tat es nur noch ungern Es passierten dann immer so Bitte nicht Na Dann sie konnte stundenlang abseits stehen Und Die Tür war fest Die Tür war noch voll Und Die Tür war noch nie Bis zum nächsten Mal.